Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Donnerstag, dem 28. März 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 590 und ich habe heute die folgenden Themen mit dabei. Sicherheitslücken, EKG für alle, Apple Pay, Ikea Tradfree und CFO. Eine Sicherheitslücke wurde gestopft für all diejenigen, die unter euch mit einem Windows-Rechner unterwegs sind und beim Smartphone auf ein iPhone setzen, da aber nicht über die Cloud gehen möchten und oder die Cloud ins Betriebssystem einbinden möchten, also in den Explorer. Die können mit iCloud 7.11 eben das Ganze unter Windows tun. Mit der neuesten Version, der eben genannten 7.11, kann man Sicherheitslücken gestopft bekommen und das ist sicherlich kein verkehrter Weg. Somit, wer drauf setzt und das Ganze so in der Konstellation nutzt, unbedingt updaten. Gestern Abend kam es raus. Eine schöne Neuigkeit, die viele Apple Watch 4 Besitzer sehr freuen wird. Es kam nämlich überraschend die WatchOS 5.2, die neueste Version, raus. Anfang der Woche hatten wir ja diverse andere Systeme wie iOS und macOS und tvOS als Update. WatchOS war nicht dabei. Grund, es ist jetzt da und noch viel schöner. Neben Hongkong sind auch 19 europäische Länder mit dabei. Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, England und viele weitere und auch, wenn ich das richtig gesehen habe und es nicht eine Fälschung ist, haha, Spass beiseite, ist natürlich bei Apple auf der Webseite. Die Schweiz ist auch mit dabei. Wer also die EKG-Funktion schon lange nutzen wollte, der kann das jetzt tun, zugreifen und Freude daran haben. Gestern habe ich ja erzählt, dass Apple Pay auch nach Österreich kommt, schon bald da starten wird. Das ist aber noch nicht alles. In Europa geht es richtig rund. Portugal, Estland, Griechenland, Slowakien, Slowenien und Rumänien stehen genauso in den Startlöchern und werden nächstens starten, respektive dann auch damit bezahlen können. IKEA Tradfree, das ist ja die Smart Home-Reihe aus dem Hause IKEA und die haben schon von Anfang an versprochen, dass irgendwann dann mal, also gut, am Anfang war es noch ziemlich, jetzt dann bald und dann hat es sich immer wieder verzögert und rausgeschoben etc., eine HomeKit-Anbindung bekommen. Und dem soll jetzt anscheinend sehr, sehr nah sein, denn man hat aus der IKEA, also von einem IKEA-Mitarbeiter mitbekommen, dass das Ganze eben nächstens ausgerollt werden wird. Wir dürfen gespannt sein und können dann auch die ganzen IKEA-Produkte in das eigene Smart Home aus dem Apple-Universum bringen. Eine kleine Neuigkeit habe ich noch zu Huawei. Ich hatte ja schon erzählt, dass die Finanzchefin, welche in Kanada festgenommen wurde und auch die Tochter des Gründers verhaftet wurde und da eben ein paar Apple-Geräte mit dabei hat. Und ich hatte ja noch groß gesagt, und sie hat aber nicht nur Apple-Geräte, sondern auch ein Huawei, das Porsche, also die Luxuslinie des Smartphone-Brands mit dem Porsche-Design. Interessanterweise, und das ist das traurige, noch traurigere daran, ist das Smartphone, das Huawei-Smartphone genauer gesagt, war ohne SIM-Karte mit in der Tasche. Tja, Sachen gibt es, die gibt es halt einfach nicht, oder eben doch. Das war es mit den Neuigkeiten, die ich heute bereit für euch hatte. Morgen gibt es nochmals ein paar, und dann geht es in verdiente Wochenende. Ich danke euch für das Reinhören, fürs Runterladen der Folge, fürs Teilen, Kommentieren und Rückmelden. Euch einen schönen und vor allem erfolgreichen Tag. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Vielen Dank.